Hallo, ich bin Philipp Neugebauer, ich fahre schon viertes Jahr für Kawasaki 11 Team Pfeil und dieses Jahr bin ich Meister in der Open und zweiter in der Masters Klasse. Mein Name ist Angel Seidiger, ich komme aus Sandersdorf, bin Vizemeister. Es wird nicht staubend, so dass wir spannende Rennen erwarten können. Allen Fahrern viel Glück aus dem Beinbruch und Ihnen, liebe Zuschauer, gute Rennen. Mein Name ist Harald Pfeil, ich bin der Teamchef im Kawasaki 11 Team Pfeil. Wir haben in diesem Jahr mit Philipp Neugebauer den ersten Platz in der DM Open und den zweiten Platz bei den Masters.